Die letzte Sniper-Folge war die heftigste, die ich wirklich gesehen hatte auf meinem Kanal. Das heißt, es ist sehr schwer, das zu toppen. Es wird heftig und ein bestimmter Clan wird sehr häufig vertreten sein, nämlich GHK. Das ist wirklich nötig, das ist... Und jetzt der Shot. Komm, komm, komm. Oh, die leiden sich. Aber ich mag sie. Komm. Ja, nein, okay, okay, du hast mich so gut. Leute. Oh mein Gott! Nein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Beast, Junge! Geh beiseite, Alter! Oh! Oh! Ja, Alter hat der Bisschen, ja. Junge, geh beiseite, Alter! Was? Beast, Junge! Oh! Was geht, YouTube? GHK Freaks ist hier und willkommen zu einem neuen Clip of the Week auf dem GHK-Sniper-Channel. Doch bevor wir hier auf die Clips eingehen, erstmal ein riesen Dankeschön an dich, lieber Heftig, für den großartigen Support, den wir bekommen haben. Wir haben in den letzten Tagen über 1.000 Abonnenten dazu gewonnen und diese möchte ich natürlich hiermit auch ganz herzlich willkommen heißen. Und wenn wir dann direkt in den Clip reinspringen, dann sehen wir GHK-Rex, der hier WW2 spielt. Und der hat sich hier gerade erstmal gleich ein Single zu Single und dann einen Triple-Headshot abgeholt zu dem 5-Man-Feed, Quad-Headshot-Feed, wie man es auch immer nennen will. Und wir springen auch direkt rein zu GHK. Just in MW2 holt sich hier die ersten beiden, holt sich dann den 3. Direkt danach den 4. Den 5. Den 6. Das ist alles so clean. Den 7. Den 8. Und den 9. Den 9. Man-Feed. So clean. Habe ich noch echt nicht gesehen. Also einfach nur absolut heftig und Respekt an dich, lieber Just. Insgesamt ein 9-Man-Feed mit Pfeiffer und absolut krank einfach nur. Und ja, das war es auch mit dem Clip of the Week für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und es kommen auf jeden Fall in Zukunft sehr, sehr viele Sachen. Wir haben auch natürlich ein Special für die 15.000 Abonnenten schon geplant. Aber das braucht einfach nur ein bisschen, weil wir damit nicht gerechnet haben, dass wir das so schnell erreichen. Aber nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.